Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Zwölf Musikvideos haben wir erhalten und die meisten der Teilnehmenden sind heute auch hier. Die Mittelstufenklasse M2 vom Schulheim Chur mit Zliert von der Gfüge. Im zweiten Rang ist Mixt mit Mini-Sprung. Wir wissen natürlich jetzt, wer der Sieger ist. Wir freuen uns sehr mit euch, mit Nico. Die Jugendarbeit Chur mit Nice-O, mit Lampandie. Du bist gut, so wie du mich. Wir bekommen den Wanderpreis, dann das Preisgeld von 1500 Franken und dann eine CD-Single-Aufnahme im Musikstudio Klangstark in Chur. Nico hat ja gesagt, es sei noch nichts geplant. Jetzt hast du eine CD-Single-Aufnahme. Wir haben eine Hasse und Gesellschaft, die ich kenne nicht. Aber wichtig ist, dass man sich ein bisschen gibt, die weiß, es ist schwer, wenn man vergastet wird. Wenn man sowas Negatives betrachtet wird. Man für die Höhe, wenn man Dreck behastet wird. Wenn es Händen hat, dass ich Schmerz belastet wird. Wenn es Händen hat, dass ich Schmerz belastet wird. Wenn es Händen hat, dass ich Schmerz belastet wird. Ich weiß, ob ich mich, es wird dann schwierig sehen. Es ist jetzt in der Sinn, wollen wir sehen, dass ich mir einfach nicht erzähle. Wenn man einfach nicht erzählen, wenn es verboten ist. Ich fühle mich, wenn du dabei gut bist, wenn du mit dem Baby bist. Ich schau dir, wenn du mir einfach nicht viel gebürt. Ich denke positiv, aber wenn man denkt, dass man hier nicht ist. Ich fink auf dir, auf dir, auf bis Fasch ist der Hasse. Und sag zu denen, dass ich schreckst, wo du fürchtet wird. Ich gebe denen, die es fürchtet wird. Ich weiß, dass du gar nicht oft nicht willst. Dass deine Homies sind nicht sehen, dass du aufgewischt. Ich bin nicht mit dem Lern, ich bin nicht alles in der Fresse. Ich lebe deine Homies, wenn man kann, ich dir mehr rechte. Klar, ich esse her, warum ich so, ich hasse leben. Merk mir, ich ist echt, aber das ist viel auch schlechter. Deine Versperrten lieben, meine Herzen, meine Familie. Ich bin ein verrücktes Gräser, ich lösche in die Analyse. Ich bin ein verrücktes Gräser, ich bin ein verrücktes Gräser, ich bin ein verrücktes Gräser. Ich bin ein verrücktes Gräser, ich bin ein verrücktes Gräser. Ich bin ein verrücktes Gräser, ich bin ein verrücktes Gräser.